Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon, ich bin heute ganz untergetaucht. Wir machen heute nämlich den Triathlon-Modus und mit dabei haben wir hier unten erstmal als allererstes Blaze. Jetzt komm, mach'n Kat. Gelin. Kann ich nicht. Dann haben wir noch Burak. Und zu guter Letzt Andre. Ja, Mann. Lass mich, lass mich, Andre, lass mich. Hast du gemacht? Hey, Freunde, vielleicht habt ihr es auch nicht mitbekommen, aber ich habe einen 2-Kanal, Freunde, und der läuft momentan aktiv. Tatsächlich, ich habe es hingekriegt. Link unten in der Videobeschreibung, ganz oben. Checkt das Ganze ab, Freunde. Und das erste Video und das zweite Video ist sogar auch schon online. Krass. Jetzt aber, let's go mit diesem Fortnite-Video. Und danach könnt ihr auf den Kanal gehen, weil ich brauche noch Watchtime. Bitte. Bitte. Und heute machen wir einen Color Race-Devon, Freunde. Fragt euch nicht, warum wir jetzt geswitcht haben. Die Map-Part war ein bisschen kaputt, Freunde. Sagen wir, war einfach nur für die Dekoration und so. Wir starten einfach, Leute. Alle vor das Portal gehen, halte. Okay, dann geht es los. Drei, zwei, ah, Burak ist schon durch. Egal. Erste. Oder du weißt, früh startet immer. Oh, nein. Dreck Impuls. Nein. Warum fangen wir mit Impuls? Oder ich dachte, das wird schillig, Digga. Digga, die haben ich ausgesucht. Der erste ist schon eklig. Hä? Ich glaube, wir machen das falsch, Digga. Hä? Mal über euch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. André hätte nicht sagen sollen, dann hättest du. Ich schwöre, er war einfach schon am Ende eigentlich. Freunde, die Sache ist, bei diesem Deathrunner haben wir auch was Besonderes, denn... Hä, du hast es, Achmed? Ich hab's, Digga. Denn, Freunde, die Farben wechseln sich. Heißt, wir müssen die ganze Zeit auf orange bleib... Hä? Was ist denn jetzt gerade auf einmal passiert? Auf einmal, ich wechsle Dimension auch noch. Egal, Freunde. Auf jeden Fall, wir müssen die ganze Zeit auf orange bleiben. Heißt, wenn jetzt gleich auf einmal vor uns irgendwie blau kommt oder so, dann scheide, heide, heide switchen. Oh, mein Gott, andere Dimension, Bruder, ich seh's. Ja, auf einmal bist du irgendwo bei Darth Vader in den Sternen. Ah, Darth Vader hat mein Göttgede... Ja, der hat bei mir auch ein bisschen Zunge raus reingetan. Okay, ich glaube aber tatsächlich, Bruder ist gerade am weißen von euch, oder? Und normal, ja. Was geht's euch ab, Digga? Ich bin gerade gut. Ja, ich bin gerade auch übel scheiße bei dem Deathrun. Oh mein Gott. Ey, Jungs, ihr wisst scheiße, wenn ich weiter bin. Ist halt wirklich so. Oh mein Gott. Ich bin beim Slide, Digga. Ich mach den Slide gerade wie Usain Bolt seinen 10.000 Meter Lauf. Oh, ich hab ihn auch gut gepackt. Mit 360. Oh, let's go. What? Okay, Freunde, wir sind wieder beim Slide. Alles wieder chillaui, Digga. Alles wieder ganz chillaui. Die fallen hinter uns, sind auch am chillen, Digga. Wir machen Motorrad. Hello, darkness, my old friend. Okay, Freunde, aber es sieht wieder gut aus für die Backstreet Boys, Digga. Wir ballern wieder durch. Ja, Bruder, ich wusste, damit ich jetzt Erfolg habe, weißt du? So. Das höreste ist Christina Aguilera. Oh, ich hab's geschafft. Diesmal, Digga, Backstreet Boys, hab ich doch gesagt. Nein, nein, ich musste auf Oran. Okay, ja, Bruder, wir beide dürfen gleich Seiten tauschen. Dass du Bescheid weißt. Wir dürfen gleich Seiten tauschen. Was für Seiten tauschen? Wenn du das geschafft hast. Mann! Bruder, sind die Challenges verschieden? Bruder, du musst nur auf deiner Farbe bleiben, weißt du? Egal, Bruder, raffst du gleich, raffst du gleich. Nice. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Wieder ein Portal? Hallo? 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 Ah, nicht mal. Ah, aha, Neo Jumps. Okay. Okay, easy, Digga. André Blaze, wo seid ihr überhaupt? Wo bist du? Ich bin immer noch bei Level 1. Ernsthaft? Oh mein Gott. Nein. Ich sag gerade schon, Digga. Ich bin gerade bei Ventilatorn. Okay, run forward. Easy. Zack. Zack. Nein. Ey, Mann. Komm. 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 Nice, Digga. Oh, jetzt auf Orange, Freunde. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen wieder die Seiten wechseln. Ah, ha, 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 ha. Bruder, Bruder. Ich muss jetzt gerade challenge, überhaupt in diesem Spiel zu bleiben, Bruder. Zeig, lad. Hä? Warum? Warum ist Blaze vor mir? Hä? Weil ich gut bin. Okay, Freunde. Jetzt wieder hinten. Komm. Auf blau. Wir müssen... Ecke! Ich hab doch die Ecke getroffen, kleiner Ventilator, Alter. Hä? Wo soll man denn da am Ende hin? Oh, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Okay, Freunde, ihr hört schon, Digga. Wir sind gerade uns nur am Beschwerden über... Nein, 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 nein. Hey, alles wieder von vorne. Alles. Alles wieder von vorne. Wo ist Andre überhaupt, Digga? Ich weiß nicht, wo Andre ist. Ich weiß nicht, wo Blaze ist. Ich weiß aber, dass Blaze vor uns ist. Ich bin noch links von dir. Ich hab dich angeguckt, halbe Stunde. Warte. Ja, ja, aber du bist jetzt, glaube ich, schon weiter, oder nicht? Nee, ich bin immer noch. Du schaffst das nicht. Das geht nicht, Junge. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Deathfront langsam, Alter. Willkommen, Klo. Bruder, lass aber Heidenseek aufnehmen alleine. Komm. Bitte, bitte, bitte. Lass das Video quitten, Digga. Wir nehmen Heidenseek zu zweit auf. Lass jetzt zurück zum Zentrum und Heidenseek. Du nennst Video Deathrun oder doch Heidenseek. Oder Triathlon oder doch Heidenseek. Bitte, komm, bitte. Bei Gott, oder bitte. Okay, Bruder. Wenn du mein Bruder bist, komm. Letzter Versuch. So, Ahmed, wo sollen wir jetzt hin? Wenn wir hier diesen scheiß Ventilator haben. Wir gehen hier tief zum Zentrum. Hä? Bitte hier. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Heidenseek. Bruder, komm, Heidenseek, versteck dich. Komm, Bruder. Und hier sind wir auch schon auf der geilen Heidenseek-Map, Freunde. Wir machen jetzt nämlich eine Heidenseek-Runde. Und das ist in einer geilen Unterwassermap. Wir sind gerade noch auf der Oberfläche. Aber wir jumpen einfach direkt mal rein. Die anderen sind schon versteckt. Ich habe nämlich gerade eine halbe Stunde gewartet, bis Bruder sich versteckt. Anscheinend geht das auch nicht mit Dingen, Deathruns. Aber ist okay. Ich habe mich da voll therapiert, Bruder. Wir checken mal direkt ab, Digger. Ich muss aber auch sagen, Freunde, das sieht geisteskrank aus. Und auch nur deswegen habe ich so ein bisschen dazu eingeschlagen, die Zeit mit Sieg zu machen. Weil auf einem Unterwassermap, Digger, sieht schon lecker aus. Alle, Kata, mach mal ein bisschen hier Blubberblasen rein und so weiter. Dass man das so ein bisschen Animation hat. Weißt du, was ich meine? Blubberblasen. Ja, Digger, Fortnite-Selfons machen einen noch aggressiver als Minecraft-Leute. Aber die Sache ist, bis jetzt, Digger, hat niemand gefunden. Ja, du wirst auch keinen Sinn. Vielleicht ist dich für mich als erstes. Okay. Und wie viel wettest du? Wollen wir wetten? Wie viel? Wir wetten, wer seinen Kanal löscht. Da überlegt er, Digger. Oh. Nee, weil er mich niemals als erstes finden wird. Aber nee, so wette ich nicht. Also schön V-Bucks, weil du drin sein soll. Warum hast du so Eier? Du hast da viel mehr zu verlieren als ich. Ja, weil ich da auch... Oder Fuffi V-Bucks, Jungs. Fuffi V-Bucks. Okay, wir machen mit Kanal löschen. Ja, machen wir mit Kanal löschen? Safe, Blaze, safe? Ja. Okay, André, Burak, geht mal Web raus, Junge. Ich suche nur Blaze. Ich kann dir sagen, wo er ist. Ich kann dir sagen, genau, wo er ist. Wollte ich dir sagen? Alles gut, Digger. Blaze war nur Spaß, Digger. Weil die Sache ist, wenn ich die Wette echt eingehen würde... Nee, mit Kanal löschen. Ja, okay. Okay, wenn du unbedingt willst, Digger. Meine Wette war... Willst du sagen, wo er ist? Meine Wette war... Nein, nein, Burak. Meine Wette war, ich finde dich zuerst, Blaze. Ich hab nicht gesagt, wann ich dich finde. Also ich kann mir so viel Zeit lassen, wie ich will, die anderen... Wenn ich die anderen... Du hast gesagt, zuerst finde. Nein, 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 nein. Burak, ich will einen Tipp von dir. Wo bist du? Gib mir einen Tipp. Ich bin Blaze Arschloch. Ja, gut. Warum frage ich Burak überhaupt, Digger? André, gib mir mal einen Tipp. Äh... Keiner ist bei dem Schiff. Ich bin ehrlich. Tschüss. Okay, wer hat gerade gefurzt? Ich. Ich hör was. Also ich hör dich laufen. Du bist schon dran. Langsam wird mir halt ein Stick auch langweilig. Wollte nicht für den Dash-Front-Game... Ich würde auch vorbeiglauben. Wollen wir Gang-Game gehen? Eine Runde... Gleich... Komm, 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 bitte, 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 Bruder. Okay, wenn ich den ersten gefunden habe, Freunde, machen wir Gang-Game. Ich sag, hier gibt's für dich mal Verstecke. Wo könnt ihr überhaupt chillen? Anscheinend gibt's halt doch Verstecke. Vielleicht wird dich hat keiner gefragt. Oh, ich bin jetzt an der Oberfläche oben auf dem Schiff drauf. Ich hör jemanden. Hier war ich noch nicht, Digga. Hier wäre ich auch niemanden. Achso. Wenn das kla... Aha, Burak. Und wo er gechillt hat. Gang-Game, komm, Gang-Game. Perfekt, Freunde, Gang-Game. Raus, Gang-Game. Bruder, das Ding ist, wolltest du das so Trialot-irgendwas nennen, ne? Wir haben daraus Triathlon-Game-Modus gemacht. Ja, Freunde, eigentlich wollte ich einen Triathlon-Modus machen, aber jetzt haben wir daraus drei verschiedene Maps. So, Freunde, weiter geht's jetzt mit Gang-Game. Digga, wir machen das Mario Party in Real Life, Alter. Let's go. Komm, so. Hallo, André. Achso. Hallo. Achso. Oh. Oh, mein Gott, Digga. Dem, 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 dem. Wie viel geht's überhaupt, Digga? Ich weiß gar nicht, Freunde, wir spielen da vielleicht gar nicht bis Ende. Mal gucken, einfach wieder bis dahin, wo wir Lust haben, Digga. Hallo. Hinter dir, hinter dir. Hallo. Tschüss, Ahmed. Ja, das ist aber auch unfair, Digga. Achso. André, Raketenwerfer-Darmen. Oh. Ach, Ahmed, was soll ich das, Alter? Junge, was für ein Adler-Aim, Junge. Ach, Digga, voll. Null-Latch-Aim. Null-Latch-Aim? Ich komm, komm. Ja, ich zeichne ich Null-Latch-Aim, Digga. Ja, okay, komm, komm. Ja? Komm mit, komm. Jetzt kommt Burak von der Seite, Digga, du Kack... Oh. Alle standen draußen. Alle standen draußen. Du bist so ein KS-er, Burak. Das passiert immer wie so Bugs Bunny rumjumpen. Junge, es macht keinen Spaß, Alter. Gang Game macht noch weniger Spaß als Death Runs. Äh, oh. Das war der größte Luck-Shot überhaupt. Blaze, Digga, kannst du aufhören, die letzten auf Kohle zu tun? Nimmst du einfach mal hin, wenn du stirbst. Ähm... Ah, Digga, mein Bruder. Bruder, hier, 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 ich schulde dir was, hier. Dankeschön. Okay, jetzt hab ich wieder weitermachen. Jetzt hab ich wieder Spaß. Blaze, komm, Blaze, komm. Okay. Okay. Bruder. Oh, er gibt mir Hände. Hör auf. Nein. Wer hat dich gekillt? Digga, hört mal auf mit Abstauben, Alter. Das Death am meisten. Ich hasse das. Er macht sechs Schichter auf einen und kommt einen Blaze und killt einen anderen. Oh, da hinten ist Mr. Tryhard Blaze, richtig gestorben. Das geht, Bruder. Machen kurz. Oh, mein Gott. Das war fast ein Trait mit uns schon noch gegeben. Ähm, ach, Bruder, das war das alles nur Spaß. Hä? 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 Was war jetzt mit dir? Ich kill dich, das war nur Spaß. Nennt mich Chayhardt. Oh, shit, was war das für ein Fein? Digga, das war ein Liebesfein. Ich will, dass du mich verliebst. Egal, wo ich hingehe, ich kassiere. Oh, mein Gott. Oh, shit. Oh, shit. Ich geh deinstallieren nach dem Game, Bruder. Blaze, sorry, dass du nichts anderes gespült hast in deinem Leben. Der Mörder. Oh. Achso. Was macht Bruder da? Was geht mit dem ab? Bruder, ich bin auf Krab. Ey! Oh, der war Krab. Nein! Nein! Warum schieße ich? Aber du hast es doch getroffen. Ja. André. Digga, mit. Du hast... Nee, Digga, nee. Du hast richtig einen Love Ranger kassiert. Oh! Bruder, geh weg. Bruder, ich gib damit den Cross the Map. Guck, einer wird einschlagen und treffen. Halt's mal, wo geht das? Ah, schade. Ich dachte, ich kann den aufheben. Eigentlich war der letzte Kill so easy, aber ich will irgendwas geiles. Hallo, warum geht ihr beide auf mich? Weil ich den anderen nicht gesehen habe hinter mir. Ja! Ja, wie soll ich denn sehen? Habe ich ein Auge am Arsch. Ja, aber André, André hätte ja auch auf dich gehen können. André ist Ehrenmann. Ey, du, super. Ich darf den Stern schluppen, Digga. Stern schluppen. Oh, Mann. Ey, Bruder, chill, ich bin hier. Ey! Was geht gerade ab bei mir? Bruder, ich bin die ganze Zeit in die Luft am Werfen. Der versucht, irgendwie einen zu treffen, mit Luft zu schießen. Last nice, Bruder. Last nice nennt man das. Ja! Jetzt hab ich's auch. Komm, ich mach mit, Bruder. Nein! Ich muss hier nicht hin, Digga. Jetzt muss ich hier nicht hin. Hallo, hört doch auf! Ja! Nein! Ja, finde ich direkt. Nice. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ihr werdet einfach irgendwelche Zusammenschnitte aus drei verschiedenen Modis sehen. Fragt mich nicht. Das war's mit dem Eich-Tad. Kerr in den Eich-Tad.